Musik Wir wollen Ihnen heute ein bisschen Ferienstimmung, zumindest ein bisschen Ferienstimmung noch, auch wenn es die letzte Woche ist, nach Hause schicken, melden uns direkt vom Ufer des Milchstättersees, herzlich willkommen bei Daheim in Österreich und in Kärnten. Sie werden da, okay, Alter, wir sind live, das ist doch schön, damit wünschen wir herzlich willkommen bei Daheim in Österreich, ich dachte mir ist ja eine Probe, gut, auch egal.